Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube. Der Onkel ist wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr wart alle Pipi machen, denn jetzt geht's in die Mistlands. Ach nee, geht's noch gar nicht? Nee, tut noch gar nicht. Das war eine Lüge. Wir müssen doch mal... 40... Oh Gott, warte mal, hab ich überhaupt noch vier Kerne? Ich weiß nicht, ich muss Kerne holen. Alter. Und 20. So, jetzt aber. Brauchen wir auch direkt hier vorne hin, weil wir es können. So. Mistlands. Mistlands. Haben wir. Gut. Das ist Notportal. Setz mal ich hin, junger Mann. Mist. Landlands. Wird umbenannt. Und alles ist gut. Und dann gehen wir da rein. Irgendwo habe ich doch gerade noch so ein... Fliegenvieh gesehen. Aha, da guck. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist irgendwo was gestorben gerade. Hat das schon den Hasen gekillt? Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Moment mal. Das hätte ich gefeiert. Bleibst du bitte da oben? Ich seh halt nix, ne? Da ist schon ein Gial. Ich hör ihn schon. Und was hab ich vergessen? Richtig. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut war. Oh cool. Wierad. Ich war Currently. Nein, das "... == » == == == == Uh-huh. Lächerlich. Lächerlich. Ich will aber auch nicht so weit hier umgehen, weil ich sonst gleich die ganzen Poolinger am Hintern habe. Und wie gesagt, vielleicht wäre die Idee doch nicht so dumm, die erstmal zu erledigen, die kämpfen da hinten immer noch. Guck mal da. Weil ich sehe da drin ja nichts. Da ist irgendwas gestorben. Hase. Hase. What? Ich, ey, ich fasse es nicht. Warum habe ich denn schon wieder das Inventar voll? Ach, scheiße, wegen dem... Äh, äh, bitte. Hui. Hallo, ich mein Freund. Oh, oh, oh. Oh, Freunde, jetzt geht's aber ab. Das war so nicht geplant. Das ist eine blöde Ausgangssituation. Das ist eine richtig beschissene Situation gerade. Ich kann kein Schwarzmetall mitnehmen. Ich hätte aber auch das Notportal einfach zu Hause lassen können, ne? Oh, warte mal. Ich muss nochmal nach Hause. Ich lasse das Notportal zu Hause. Äh, aber ich brauche es ja hier jetzt im Moment nicht. So, komm her. Ich stelle mir mal hier hin. Und das ganze Zeug, was ich jetzt geholt habe, kommt mal hier oben rein. Das, das, das. Auch wenn das nicht alles Essen ist. Aber da haben wir ja schon mal ein paar Sachen. Fuh, 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 fuh. Die rennen ja jetzt alle hier rum. Aha, ich höre sie schon. Aha. Hast du kleine Bastard gerade gegen mein Portal gehauen, oder was? Fehlt dir ein Fuß, oder wie? Was? Komm her. Ja. Mhm. da klatschen aber ganz schön bastard das ist übel jetzt ich muss hier weg kommen die hier hoch er kommt hier hoch okay mir egal lange der dicke nicht hochkommt geilsten wäre es ja wenn die blobs jetzt hier raus kämen sammer lacke socken warum steht da ein lox drin und keine blobs und das ist übel ich habe nicht genug weil so ein scheiß ich habe nicht genug keine für so ein scheiß und der kommt hier hoch noch Das war's. Gut, die Loxe hauen schon mal ab. Ey. Was ist denn hier los? Ich treffe aus 500 Meter Entfernung alles und jetzt den nicht. Stirb doch. Eins. Wo boxen die sich denn? Ach, da hinten? Aber das ist gut. Es stirbt da halt enther. Oder auch nicht. Okay. So, komm her, komm her, komm her. Fall nicht da. So, jetzt du noch. So, jetzt du noch. Gut, Ding will Weile haben. 21 Weile noch kriege ich hin. Ja, je weiter du wegläust. Dass du besser wird, das gleich. Ja, natürlich. Okay, der Moment ist so. Wee. Wee. Aua. Stark. Robidi. Das war eng Unnötig und eng Aber Egal Wir machen einfach hier Kleinvieh und so Da müssen wir noch mehr Pfeile machen, definitiv Das Loks Pelz da oben Gold Da Er Da Schwarz, Metall Außen Achso, übrigens, achso Ja, wisst ihr gar nicht Ähm Wie ihr seht Ich hab ja mittlerweile hier mir die Rüstung Gebaut hier Die Gepolsterte Ähm, ich konnte sie aufrüsten Bis Stufe 3 Ähm Dann ging es mehr Weil ich nicht mehr genug Eisen hatte Aber das reicht erstmal Finde ich Helm, Hose und Äh Rüstpanzer, genau Und, äh So, wenn ihr es mit letzter Folge vergleicht, ne Nix gecheatet, ne So, also wirklich mein Zeug benutzt Was ich hatte Deshalb hab ich jetzt ganz wenig Ähm So Loksfleisch Kann Da rein Nadeln Brauche ich Und Hedern heißen die Dinger Richtig Dann machen wir uns Nadelfeile Und vielleicht nochmal zur letzter Folge Weil ich mich ja da Weil ich da auf diesen einen Kommentar da eingegangen bin Ich mein das überhaupt nicht böse, ne So, ich kritisiere niemanden Ähm Aber genauso wenig Wünsche Oder genauso wünsche ich mir dann Auch Dass man mich einfach mein Spiel spielen lässt Ähm Ich freue mich, wenn ihr hier zuguckt Und wenn euch das Spaß macht Und wenn ihr hier Was weiß ich Beim Abwasch seid Wenn euch eure Frau das aufgetragen hat Grüße an der Stelle Ähm Ja Ey Das soll der Unterhaltung dienen Und Ich denke halt Manches sollte man einfach nicht so ernst nehmen Ne Das wird alles nicht so heiß gekocht Wie es gegessen wird So Oh Jetzt haben wir aber Jetzt Jetzt geht's ab Oh Das Holz weg Also Kraft haben wir jetzt genug Mit der Ausdauer für die Misslands reicht Wage ich mal zu bezweifeln Aber Wir gucken mal Rinder Ich weiß halt nicht Muss ich auch gucken Was ich brauche Um dieses blöde Licht zu bauen Ich glaube ich kann's noch nicht bauen Ne Ich müsste Da müsste ich auch jetzt wirklich Googeln Oder gucken Ne Steine brauche ich nicht Was ich dafür brauche Und Äh Oh Ja Erst im zweiten Anlauf erwischt Ist noch eine No D und da ist der oh ich hätte einfach das scheißdorf direkt platt machen sollen warum kann ich denn auch hin anstatt weg guck mal was die für eine range haben komm bleib stehen nein ich krieg die ich krieg die einfach oh da ist noch einer das kann doch nicht wahr sein daniel echt auf 500 meter triffst du alles auf 20 nix noch ein berserker ok dann müssen wir sie mit schwert machen dann hilft es nix ich kann es ja nicht ändern dann ist es wie es ist es Und solange der da hinten noch lacht, nur ist alles gut. Ey, es sind noch zwei Berserker. Was ist denn hier los? Und der eine sieht mir sogar aus nach einem Sterne-Berserker. Kann das sein? Dann kommt noch wer. Oh, jetzt kommt er. Kann ich dich in die Mistlands locken? Ja, ja, ein Stern. Ich werde bescheuert. Also, das ist ja unfassbar. Warte mal, das muss ich irgendwie anders machen. Das kriege ich so nicht hin. Das sind noch welche. Da ist noch ein Schamane. Jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Bin ich natürlich gefickt, ne? Wenn der kommt. Ja, 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 ja. Hehehehe Ja, rein du mal in die Messlands Das ist in Ordnung Dann kümmere ich mich um deinen kleinen Freund da Wo bist du? Komm her Ja, komm doch her Du Olli, ey So, jetzt haben wir den da noch Okay Die ganze Familie aufgeschreckt Oh oh Fuck Ui Was du natürlich auch mal machen könntest, Daniel Oh Knüppel Alter, FPS-Verlust hier Junge, 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 Junge Okay Was? Wer lacht da? Da hinten, der Otto Dich hole ich mir auch noch Keine Ahnung Wenn ich euch hole, hole ich euch alle Ah, fuck Er geht Hasen jagen, oder was? Da hinten sind noch welche What, 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 what? Warte mal, das packe ich mal hier Hier rein Mit dem ganzen Keiner braucht sowas So Das auch Dann sind wir doch gut ausgestattet Alter, guck mal hier Ui Pack mal alles in die Kiste Nehmen wir nachher mit Dürfen wir nur nicht vergessen So Wo ist er? Wo ist er hin, der Kleine? Geht der gerade auf die Schnauze, oder? Gehen die an Ich sehe halt nichts Wenn der gleich ausholt, um mir auf die Mütze Haut, dann ist es so Hui, da ist er Komm doch wieder runter Noch ein Pooling Oh Oh Geht der gerade auf die Schnauze Fertig Sehr geil I love it Zu Scheiße Ich habe noch keine Schwarzmetall Witzhacke Und ich habe gerade einen Zwerg gehört Und solange ich dem nichts mache Macht der mir ja auch nichts Oder Das war gar kein Zwerg Komm runter Und Wunder. Autsch. okay ich hab mal ein bisschen licht hier da ich höre da 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 komm mehr da komm Okay. 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 Kann ich nicht dieses Ding schon bauen? Mir fehlt da schwarzer Marmor für, ne? Ich muss zurück nach Hause und muss mir eine Schwarzmetall-Spitzsacke machen. Ich meine, mir fehlt schwarzer Marmor. Ähm, Holz kann weg. Junge, Junge, Junge. Hier mit 39. Bringt es erstmal nach Hause. Wo ist mein Porkel? Hä? Da unten. Junge. Ja, das ist echt nicht ohne, ne? Aber, naja. Mühsam, Eichhörnchen und so weiter. Wir kennen das, ne? Ygg, Brasil-Holz. Das sollte da rein. Das war schon immer der Plan von Anfang an. Ah, Glück. Ah, Ziel. Ah. Richtig geschrieben? Ja, habe ich. Perfekt. So. Ich muss mein Lager... Ah, ne, muss ich gar nicht. Ich habe ja hier noch Kisten. Ich muss mein Lager gar nicht vergrößern, aber das mache ich dann irgendwann. Auf Aufnahme. Gold. Alter, was gab das wie der Schwarzmetall, ne? Das ist ja geisteskrank. Die Pilze noch weg. Ich bin hier rein. Und den blauen habe ich doch auch so einen Magierhut. Der gute Magierhut. Magierhut. So. Und nochmal. Ich brauche Schwarzmetall-Spitzhacke. Hydrasil-Holz und Boah. Ja, okay. Alles klar. Nehmen wir mal alles mit. Weil. Aus Gründen. 25 nur zum Herstellen. Mal klar. Wir haben es ja nicht. Uh. 15. 15. 15, meine Freunde. Quatsch. Ich habe sie. Ich muss sie nur durchlaufen lassen. Kann ich schlafen? Ja, ne? Boah. Da ist Gier drin. Das war das Poll. Kann man ja nicht mehr das da rein. 25. Dann können wir zumindest Stufe 2 machen. Habe ich Bock drauf. Ich meine, ist nicht das Problem. Ich habe das Zeug. Halt. Ich kann das ja schon mal einschmelzen. Ich habe das Zeug, ja? Es liegt nur in der Ebene. Ich muss es nur aufheben und herbringen und einschmelzen. Nein. 17. Okay. Plus 20, die da drin sind. 37. Also, eigentlich ist alles Totti. Kann ich eigentlich Skull und Hatti schon machen? Bestes Messer im Spiel. Nö. Nö, 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 nö. So, Rinder. Teuk holen. Und hoffen, dass es noch nicht weg ist. What? Hör auf zu lachen, sonst stirbst du. Und jetzt habe ich ja in der Kiste hier müsste ja so viel Zeug drin sein, dass ich eigentlich wieder überladen bin, wenn ich das alles nehme. noch? Och, nö. Oh, war gar nicht so viel. Äh. Äh. Aber hier liegt auch noch was rum. Ja, das gute Zeug. Da müsste aber noch mehr sein. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Der fooligen Michel. What the fuck? Okay. Wo ist er? Wo ist er? Den lasse ich hier, den lasse ich hier. Das lasse ich hier. Aber das Fleisch lasse ich mir nicht entgehen. Oh. 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 Hat der mir gerade gegeben? Aber mal so. Oh Mensch. Ich muss mal testen. Shit. Fuck. Die nicht gesehen. Ich bin gerade am überlegen, wenn ich auf so einen Turm gehe, kann der mir dann was? Nee, wir müssen es auch nicht ausprobieren. Ich muss ja nicht alles wissen. Freunde, ich gehe jetzt nach Hause und hoffe, dass der mein Portal nicht kaputt macht. Und da hat sich der Käse. Scheiße. So. Und schwupps ist eine Dreiviertelstunde schon wieder rum. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Echt, ey. Aber ich glaube, das war ja ein bisschen spannend heute, ne? So ein bisschen. Ich werde jetzt hier mein ganzes Zeug verstauen und das Lager ein bisschen erweitern, damit ich die Mistlands-Sachen hier auch rein tun kann. Und Schwarzmetall einschmelzen weiter, damit ich zumindest die Spitzhacke noch auf drei kriege. Aber das ist ja, sollte ja nicht das Problem jetzt darstellen. Ähm. Dann haben wir doch alles. Zehn. Da sind zehn drinne. 27 hab ich, ja. Also kriege ich die schon mal auf drei abgegradet. Das ist doch schon mal viel wert. Nee, kriege ich nicht. Warum? Was? Ach, 30. 30. 30, Freunde. Ja, dann werde ich noch weiter einschmelzen. Und, äh. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, äh. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir werden uns in der nächsten Folge, werde ich mir, äh, Marmor holen. Und dann hier das, das Lichtding bauen. Den, 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 den Wadenbrunnen heißt er, glaube ich. Und mit dem Licht sollte das dann um ein Vielfaches leichter gehen. Sich da zurechtzufinden. Und, äh, ja. Ihr macht Liebe. Bis dann. Au, schau. Ich sammle den Kram da oben erst mal drinne. Ähm, und pack das später irgendwie weg. Ich kann doch jetzt mit Sicherheit irgendwas Neues an Essen machen, oder? Ich weiß es nicht. In so einem Regal. Ja. Ich weiß es nicht. Mir geht es nicht. Ich weiß es nicht.